Ich sitze hier im Garten meiner Eltern im ländlichen Raum und schaue auf dieses PDF, was jetzt auch blätterbar vorliegt. Das ist eine sogenannte Vorschau von meinem Buch, wo die ersten Seiten mal in Ruhe durchgelesen werden können. Und natürlich ist es was Schönes, das zu sehen. Ich durfte ja auch schon die ersten Vorabexemplare in Händen halten. Aber der Druck steigt auch, denn wir haben den 6. Mai. Am 29. Mai kommt das Buch raus. Ich muss super viele Vorbestellungen generieren, damit dieses Buch dem 105 Menschen Zeit gewidmet haben, auf die Bestsellerlisten kommt. Denn nur so generiert man heutzutage Aufmerksamkeit. Deswegen möchte ich Sie einladen, mal den Vorabdruck zu genießen. Ich verlinke das gleich in den Kommentaren. Vielleicht auch für andere Menschen vorzubestellen, es als Geschenk auch zu platzieren. Denn ich glaube, in diesem Buch steckt der Kick-off der deutschen Mobilitätswende. Und ich hätte Sie gerne im Team. Wie wäre es?